So, genau. So, mach mal dich weg, mach mal dich weg, mach mal dich weg. Eigentlich könnte ich die Erde hier stehen lassen. Was mir da jetzt aber auch aufs Welt ist, dass wir ja auch eigentlich so einen Kaktus uns holen könnten. Ich bin gespannt, dass ob, wenn man so einen Kaktus mit der Hand abschlägt, ob man sich da selber wehtut im Prinzip. Es wäre ja an und für sich ganz witzig, weil der Kaktus ja Stacheln hat. Also ich hab schon probiert dagegen zu laufen. Kann man ja mal machen. Tut nichts. Ähm, was? Ah, tut doch. Wunderbar. Ah, das ist ja noch viel bitterer. Oh, nein, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Das hat nichts mit dem Kaktus zu tun. Seht ihr? Hat überhaupt nichts mit dem Kaktus zu tun. Ja, das geht aber auch nicht. Okay. Da brauche ich also definitiv... Okay, funktioniert das bei Bäumen eigentlich auch? Habe ich Setzlinge dabei? Ja, habe ich. Ähm, habe ich. Funktioniert das bei Bäumen auch, dass ich quasi unten abernte und dann der gesamte Baum umfällt? Nein, bei Bäumen funktioniert das nicht. So. Setzling, dahin, dahin und gesetzt. So. Wir machen die Achse jetzt auch mal kaputt. So, da habe ich vorher mit dem Essen echt nicht aufgepasst. So ist das, ne? Wenn man halt nicht aufpasst. Die Maus brauche ich. Wäre wie ja Ratten essen. Hm, lecker Ratte. Zack, zack. Zack, zack. So, 40 Holz haben wir schon wieder. Das wird natürlich bei Weitem nicht reichen für das, was wir so vorhaben. Aber ich werde jetzt erstmal hier... Das ist jetzt eigentlich natürlich auch dämlich, muss ich sagen. Ähm, weil ich könnte ja eigentlich den Sand weiter abarbeiten und den Sand dann schon mal... Zack. Den Sand dann schon auch mal in den Ofen setzen. Deswegen machen wir hier jetzt einfach mal weiter. Ähm, gehen wir auf den Sand. Damit wir da keine komischen Sachen machen. So. Und wie gesagt, da hinten ist ja der Hügel. Da hinten ist quasi unsere super duper Höhle, unsere Mine. Da müssen wir dann auch noch einen Weg hin machen. Und dann ein Minenlager und, und, und. Und was wir auch noch machen können, ist quasi aus dem Papyrus natürlich Papier und Bücher und so. Wobei ich noch nicht so wirklich weiß, was ich mit Papier machen sollte. So. Haben wir das hier mal ab. So, aus dem Kakteen will ich ja dann, ähm, Kaktusrüstungen machen. Bam. So, die 17 kommen da rein. Und da drüben habe ich ja jetzt noch mehr. Dann kommen die da rein. So, und dann gehen wir doch mal wieder ein bisschen auf Holzjagd. Ähm, erstmal mache ich mir aber eine Kakteenrüstung. Tack, 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 tack. Passt genau. Wunderbar. Zack. Und. Zack. Und dann. Dann kann ich jetzt hier sagen, okay, weiter geht's. Ich finde es so witzig, ne? Man kann sich ja, äh. Oh, Äpfel. Äpfel ist nicht schlecht. Wir haben ja Hunger. An und für sich. Äh. Ich wollte den Apfel gerade gar nicht essen. Ich wollte die Äpfel pflücken. So, so. 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 Und. So. Und eigentlich brauche ich den Apfelbaum ja auch bloß Fällen. Die Äpfel kommen dann ja auch schon von alleine runter. Und das Holz brauche ich ja eh. Insofern brauche ich mir da gar keinen großen Kopf machen. So. Setzling. Da. Zack. Du wirst mitgenommen. Du auch. So. Wir suchen uns den nächsten Apfelbaum. Die Dinger fallen einfach nur. Der da hinten müsste ein Apfelbaum sein. Aber ich glaube, wir machen hier einfach alle drei weg. Und dann kommt gleich der Baum nebendran an. Und dann der Baum da nebendran. Also quasi der hinter uns. Einfach damit die Blätter sich nicht gegenseitig am Leben halten. Das wäre nämlich irgendwie dämlich. So. Und dann haben wir schon 120 Holz im Endeffekt. Zumindest wenn ich mich nicht verrechnet habe. Sollte aber geklappt haben. So. Da. Und da. Gut. Dann wo sind denn die nächsten Bäume? Da sind Setzlinge. Da hinten sind Bäume. Da sind Bäume. Aber die haben keine Äpfel. So. Den will ich. Den will ich. Da ist ein Setzling. Den will ich auch. Wobei die Setzlinge, ganz ehrlich, da muss ich jetzt auch nicht so groß den Akt machen. Wegen so ein paar lächerlichen Setzlingen. Die Äpfel, die sind mir wichtig. Aber die Setzlinge, das ist mir eher sekundär. So. Ich suche jetzt einfach mal nach Bäumen mit Äpfeln. Und nach Ratten. So. Und nach leckeren Schafen. Na komm her Ratte. So. Sehe ich irgendwo Apfelbäume. Ich sehe gerade nichts rot leuchten. Das finde ich ein bisschen schade. Muss ich sagen. Ah. Ah. Deswegen. Ja. Weil da hinten so viel Bambus ist. Genau. Äh. Nicht Bambus. Papier. So. Du. Ist das Schaf versoffen jetzt? Schade. Weil die werfen nämlich offenbar kein Fleisch. Wenn sie versaufen. Also bei Minecraft ist es ja so, wenn sie sterben, dann werfen sie trotzdem ihre Gegenstände. Das ist hier nicht so. Ich kriege die Gegenstände nur, wenn ich sie selber umgebracht habe. Schade. Eigentlich wollte ich die Wolle von dem Schaf noch haben. Wobei ich noch nicht so wirklich weiß, was ich mit der Wolle mache. Nein, Schaf. Stirb nicht. Bleib am Leben. Habt ihr es gesehen? Da ist es gerade versch... Ah nein. Es ist noch da. Es ist noch da. Oh. Na, wo bist du denn? Ich such dich doch schon die ganze Zeit, liebe Schaf. Schafi. Schafi. Ich bin Schafi, das kleine Krokodil. Oh, Mann. Ich hab keine Ahnung, wo das Schaf hin ist. Das ist jetzt wahrscheinlich auch verreckt. Boah, schaut euch die Höhle an, ey. Naja, gut. Hier gibt's schon einiges zu entdecken, im Endeffekt. Und ich denke, wir werden uns das alles irgendwie... ...früher oder später einfach mal, ähm... ...antun, holen. Uns quasi das alles zu eigen machen. Hallo, Schaf. So. Da hinten ist auch noch ein Schaf. Hallo, Schaf. Aber ich find keine Äpfel mehr. So. Hab ich da grad Äpfel gesehen? Ja. So, das trifft sich sehr gut, weil ich dann quasi hier einfach die Bäume erledige. Der Baum, der Baum, der Baum und der Baum und der Baum. Kann ich den Baum nehmen und den Baum und den Baum und den Baum. Ich sollte nicht vergessen, die Bäume nachzupflanzen. Das mach ich gleich, bevor die Erde sich wieder zugreist. Fluff und Fluff. Und hier gibt's Äpfel. 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 Und Äpfel. So. Da sind noch zwei Äpfel. Zack. Und es wird dunkel. Nacht brach herein. So. Da ist noch ein Äpfel. Den will ich jetzt natürlich noch mitnehmen. Und den Apfel will ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Aber der hängt jetzt einfach in der Luft. Naja gut, nehmen wir ihn so mit. Dann ist das alles halb so wild und wir flüchten schon wieder. Auf in die Heimat flüchten wir. Weil wir jetzt einigermaßen genug Holz haben. Das müsste jetzt ungefähr 160 Holz sein. 168 um genau zu sein. Damit sollten wir ein bisschen was tun können. Hier gibt's schon wieder eine schicke Höhle. Da gibt's wieder fesche Blumen. Und da hinten geht's nach Hause. Hier gibt's auch wieder eine fesche Höhle. Aber ich glaub, die ist ziemlich sackgassig. Ja, sieht so aus. Allerdings könnte man sich da reingraben. Oh, so sackgassig sieht die gar nicht aus. Boah, ich seh hier grad gar nicht so viel, weil meine zwei anderen Monitore so hell strahlen. Das ist echt schwierig dann. Und anstrengend für die Augen. So. Äh, puh. Äh, puh. Ich weiß, ich könnte einfach graben, aber ich will hier grad so wenig verunstalten wie möglich. Weil ich die Nodes einfach da drin lassen möchte. So, da hinten ist unser ganz normales Leuchtedings. Das heißt, wir waren da schon mal. Hier geht's auch schön rein. Hier ist ein Dingens. Das könnte man mal zumachen. Und da drüben ist einfach nur irgendeine Höhle von uns. Und unsere Hütte ist da oben. Ah, nein, Quatsch. Da hinten ist keine Höhle von uns, sondern da wollten wir uns den... Ja. Den Weg markieren. Der ist natürlich ziemlich dämlich. Da so zwei Bäume direkt nebeneinander zu pflanzen. Wir könnten hier einen hinpflanzen. Einfach so. Aus Spaß. So. Da drüben. Jetzt haben wir aber Ratten bis zum Abwinken. Können wir ordentlich Rattenfleisch machen. So. Okay, da geht's einfach nur so runter. Und da drüben ist auch schon wieder unser Haus. Und dann glasen wir doch weiter. Also meine Rüstung ist eher mäßig als gut. Muss ich da grad feststellen. Ich denke, wir machen uns jetzt einfach gleich schon mal Holz. So. Den Kaktus packen wir weg. Tak, 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 tak. Ich meinte natürlich 168. Ja, 168, 168. Doch, ne, ich hab mich nicht vertan. Hätte mich auch verwundert. Und falls ich mich doch vertan habe, dann könnt ihr mir ja die Zeit in dem Video nennen. Beziehungsweise ich werde es ja rausfinden, wenn ich es nochmal ansehe. So. Was wir jetzt machen hier ist, wir holen uns schon mal das Glas. Habe ich keinen weiteren Sand mehr? Okay, offenbar nicht. Wir packen mal die Setzlinge weg. Schmeißen ein paar Ratten in den Ofen. Damit wir auch noch was Leckeres zum Essen haben, wenn wir fertig sind mit der Arbeit. Wo sind denn meine Setzlinge? Setzlinge sind... Äh... Da. Die Blätter bringen übrigens auch was, habe ich festgestellt. Also nicht festgestellt, sondern gelesen. Die Blätter bringen scheinbar, dass man... Ähm... Wenn man ein Barn hat, also einen Stall, und den voll Blätter macht und die Schafe da rein tut, dann vermehren sich die Schafe da drin. Offenbar. So. Da ist unser Brot. Das ist mir jetzt gerade erstmal egal. Hier haben wir schon mal Fleisch. Und da grillen wir unsere Ratten. So. Und das Fleisch gibt quasi richtig gut Nahrung. Drei. Das heißt, Fleisch dabei haben ist immer ein guter Plan. Und das Ensuite.